Sie möchten wissen, wie Sie E-Max für LaTeX unter Windows einrichten können? Dann sind Sie bei diesem Videotutorial goldrichtig. Mein Name ist Joachim Schlosser, ich bin Autor des Buchs Wissenschaftliche Arbeiten schreiben mit LaTeX. Wir verwenden das Installationstutorial von www.latexbuch.de. Wir scrollen zunächst hinunter bis zur Übersicht der Downloaddateien und brauchen alles, was im Abschnitt für den E-Max gegeben ist. Ich lade diese zunächst herunter, lasse das für E-Max aus. Das habe ich schon heruntergeladen, das sind 45 MB. Das möchte ich jetzt nicht einzeln herunterladen, aber dafür den AugTech und Konfigurationsdatei und so weiter. Für den GNU-Aspel brauchen wir sowohl den Installer als auch ein Wörterbuch. Ich nehme hier einfach das deutsche Wörterbuch. Von lib.png brauchen wir sowohl die Binarys als auch die Dependencies. Diese Downloads brauchen immer ein bisschen, bis sie starten. Derzeit speichere ich die E-Max-Konfigurationsdatei. Bestätige die Downloads der Dateien hier. Speichere die Konfigurationsdatei. Und wir haben alle Downloads, die wir brauchen, abgeschlossen und können weiter vorgehen. Ich wechsle in den Ordner mit den Downloads und öffne das ZIP-Archiv von E-Max. Dieses kann ich nun in einen Ordner meiner Wahl entpacken. Bei mir mit einem Windows-64-Bit-System ist dies Programme x86. Haben Sie ein Windows-32-Bit-System, so gibt es den nicht, sondern nur den Programme-Ordner. In diese Ordner können Sie nur installieren, wenn Sie Administrator-Richte haben. Ansonsten suchen Sie sich bitte einen anderen Ordner raus. Beim Entpacken schweige ich kurz, dann kann ich das Video nämlich beschleunigen. Als nächstes wechsle ich in das eben erstellte E-Max-Verzeichnis und entpacke dort hinein AugTech. Ich öffne den AugTech-ZIP-Ordner, markiere alles und ziehe das hier rüber. Bestätige das integrieren der Ordner und bestätige gleich auch das Überschreiben einer Datei. Damit ist auch AugTech bereits installiert. Als nächstes installieren wir die Rechtschreibprüfung ASPEL durch einen Doppelklick, sagen Jawohl, ausführen und sagen einfach Next, bis es fertig ist. Das Manual brauchen wir nicht anzusehen und tun dasselbe auch mit dem deutschen Wörterbuch. Auch hier einfach wieder auf Next klicken und damit sind wir auch schon wieder fertig. Nun wollen wir E-Max auch zum Startmenü hinzufügen. Dazu wechseln Sie in das BIN-Verzeichnis und rufen das Programm ADPM auf. Er fragt, ob er das so machen soll. Das bestätigen wir. Als nächstes installieren wir die lib.png. Die hat den Vorteil, dass Sie die Voransichten mit Preview-Latech auch PNG-Grafiken erzeugen lassen können, was einfach schneller geht und auch besser aussieht. Dazu wechsle ich in das ZIP-Archiv ins BIN-Unterverzeichnis und entpacke die beiden DLLs auch in dieses BIN-Verzeichnis hier. Dasselbe mache ich mit der lib.png.dependency-Archiv und auch hier entpacke ich wieder die DLL in das Verzeichnis. Als nächstes brauchen wir für E-Max ein Home-Verzeichnis. Das heißt ein Verzeichnis, wo alle Ihre Konfigurationsdateien zum Liegen kommen. Im Normalfall ist dies unter Windows das Verzeichnis C, User und dann Ihr Login-Name. Da es das bei mir schon gibt und ich Ihnen eine neue Einstellung, dazu habe ich die Windows-Taste unter Brechen gedrückt, um in diesen Dialog hier zu kommen. Klicke auf Erweiterte Systemeinstellungen, Umgebungsvariablen und sage jetzt bei meiner Home-Variable, die es schon gibt, Bearbeiten. Wenn es die bei Ihnen noch nicht gibt, dann sagen Sie natürlich Neu. Ich habe diese jetzt auf %UserProfile % gesetzt. Das ist genau dieses Verzeichnis C, User und dann mein Profilname. Wir wollen jetzt ein Verzeichnis C, Backslash, Home dafür verwenden. Da es dieses Verzeichnis noch nicht gibt, muss ich es natürlich erst einmal anlegen. Ich sage also Neu, Ordner, Home. Und dort hinein kann ich auch schon mal die Emacs-Konfigurationsdatei verschieben. Die brauchen wir gleich noch. Als nächstes wollen wir natürlich auch noch, dass wir .tex, also .tech-Dateien, mit einem Doppelklick auf dieses Dokument direkt im Emacs öffnen lassen können. Das heißt, wir müssen die Dateierweiterung .tex auf den Emacs registrieren. Dafür gibt es dieses Rack-File hier, das wir noch bearbeiten müssen. Also einmal Rechtsklick, Bearbeiten, Jawohl, sagen Ausführen. Und dann passen Sie bitte den Verzeichnisnamen hier an. Dieser Verzeichnisname muss dem entsprechen, wo Sie Emacs installiert haben. Achten Sie darauf, dass hier der Pfadtrenner aus Doppel-Backslashes besteht. Fügen Sie den gleichen Verzeichnisnamen auch hier hinten nochmal ein. Und speichern das Ganze. Wenn Sie ein deutsches Windows haben, können Sie trotzdem Program Files stehen lassen. Das ist bei mir der Fall. Deswegen kann ich das Bearbeiten hier abschließen. Und durch einen Doppelklick diese Registrierungsinformationen zu meiner Registry hinzufügen lassen. Nun öffnen wir zum ersten Mal Emacs. Und zwar, wir haben sie ja installiert und können deswegen jetzt sagen, Gnu Emacs, Emacs. Beim ersten Öffnen fragt er Sie, ob er diese aus dem Internet geladene Datei wirklich öffnen soll. Das wollen wir, aber nächstes Mal diese Frage nicht mehr bekommen. Deswegen entfernen Sie bitte den Haken und sagen Ausführen. Nun ist Emacs gestartet. Wunderbar. Das funktioniert ja schon mal. Wir legen schon mal ein neues Dokument an. Zum Beispiel auch in Home und nennen es Test.tics. Wir nehmen eine Dokumentklasse mit irgendwelchen Optionen. Ich nehme jetzt mal überhaupt keine Packages dazu, sondern sage einfach Hallo Welt. Und habe jetzt im Moment aber, Sie sehen es hier oben, noch kein Rev-Tag. Das heißt, der Eintrag Rev ist noch nicht vorhanden. Warum ist das so? Nun, wir beenden mal den Emacs und sehen, ja, die Konfigurationsdatei heißt noch Emacs.txt. Diese muss aber .emacs heißen. CMD ein und wechseln in unser Home-Verzeichnis. Und sagen dann, bitte umbenennen die Datei emacs.txt nach .emacs. Das ist passiert. Und wenn Sie jetzt auf Test.txt doppelklicken, dann öffnet. Nun haben wir aber eine Fehlermeldung gerade bekommen. Die ist jetzt leider schon wieder verschwunden. Die aussagt, dass dieses Verzeichnis hier unsicher sei. Diese Fehlermeldung bekommen Sie immer dann, wenn Sie mit einem Account mit Administrator-Rechten arbeiten. Wenn Sie das nicht tun, bekommen Sie diese Fehlermeldung nicht. Um diese zu beheben, gehe ich wieder in die Kommandozeile und wechsle in dieses Verzeichnis .emacs.d. Und jetzt übernehme ich die Besitzerrechte, den Besitzer dieses Server-Verzeichnisses, auf meinen derzeitigen Nutzer-Account. Das mache ich, indem Sie... Dazu benötigen wir eine Kommandozeile. Drücken Sie die Windows-Taste F und geben Server-Sage. Damit ist auch dieser Defekt behoben. Ich kann hier wieder zurückgehen und meinen Test.txt wieder aufrufen. Wenn Sie diesen Startbildschirm nicht mehr sehen wollen hier, dann sagen Sie einfach Never show it again. Dismiss this Startup-Screen. Und wir sehen, jetzt haben Sie auch den REF-Eintrag in Ihrem Menü. Damit ist der Emacs unter Windows installiert. Sie haben natürlich jetzt auch die Rechtschreibprüfung. Das heißt, wenn ich jetzt mein eSpell Change Dictionary aufrufe und dann zum Beispiel hier ein German 8 eintrage, dann kann ich auch direkt ein Flyspell Buffer zum Beispiel aufrufen und meine Rechtschreibung hiermit prüfen lassen. Das war die Installation von Emacs unter Windows. Mein Name ist Joachim Schlosser. Bitte empfehlen Sie dieses Tutorial weiter. Und wenn es Ihnen gefällt, dann freue ich mich natürlich, wenn Sie auch Latex mit meinem Buch lernen. Dankeschön. muduit? Vielen Dank.